Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 22. März. Heute kommt er aus Wien und ja, der Jan und ich haben uns getroffen, also zwei Drittel vom großen Geek Talk waren zusammen. Und wenn ihr Interesse daran habt, dann könnt ihr in den Shownotes nach dem Link gucken oder auf Twitter. Aber kommen wir zu den News. Heute dabei Facebook, Messenger, Instagram, Twitter und Pokémon Go. Beginnen tun wir mit Facebook. Da haben wir ja die große Daten, ja wie sagt man es, das große Datenchaos, die große, ja das Schlimme, was mit den Daten passiert ist, mit Cambridge Analytica und den Facebook-Daten. Also ihr wisst, worum es geht. Es wurde ja praktisch überall in den Nachrichten auch nochmal berichtet in den letzten Tagen. Ja, okay, es ist nun passiert, aber wie und warum ist es passiert, muss man immer noch klären, obwohl Facebook sich da wohl immer noch als Opfer sieht. Ich das bedingt sogar nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz hat nun Mark Zuckerberg Stellung bezogen und ein Statement veröffentlicht. Ihr könnt euch das in den Shownotes auch komplett im Detail durchlesen, aber das Interessante ist eher, was tut Facebook jetzt für die Zukunft? Und da haben wir ein paar Punkte. Es geht ja um die Daten, die Facebook weitergibt an die Apps, die mit Facebook verknüpft sind. Und dort wird es nun so sein, dass Facebook Datenzugriff blockiert für Apps, die beispielsweise drei Monate nicht mehr genutzt worden sind. Das macht Sinn für mich, klingt gut. Dann wird Facebook auch ein Audit ausführen auf Daten, die besonders viele persönliche Daten sammeln möchten und generell auch beschränken, welche Daten so eine App überhaupt sammeln kann mit einem Facebook-Login, zusätzlich zu den Sachen, die man eben braucht, Name, Profil und E-Mail-Adresse. Es wird auch unterschriebene Verträge benötigt werden für bestimmte Informationen, die man erhalten will mit einer Facebook-App und noch ein paar Punkte mehr. Alles finde ich gute Sachen, wo man jetzt natürlich sagen kann, warum gab es die nicht schon immer? Warum wurden die nicht vorher implementiert? Aber ich möchte es mal positiv sehen. Da tut sich was. Und da tut sich was für unsere aller Sicherheit. Also, wer es im Detail nochmal lesen möchte, kann sich es in den Shownotes angucken. Und denkt dran, da ist auch noch ein Link zu mir und mir drin. Aber genug der Selbstpromo. Bleiben wir bei Facebook. Der Facebook Messenger, der bekommt jetzt neue Funktionen für den Gruppenschat. Gruppenschat ist eine sehr populäre Funktion. Täglich wurden 2017 2,5 Millionen Gruppenschatz neu erstellt. Das muss man sich mal überlegen. Naja, jedenfalls gibt es da zwei neue Funktionen. Neue Mitglieder müssen nun freigeschaltet werden vom Admin der Gruppe. Das ist nicht automatisch eingerichtet, sondern kann aktiviert werden. Und es gibt eine Funktion, einen Einladungslink zu verschicken. Also, jeder Nutzer eines Gruppenschatz kann einen Einladungslink an jemand anderes verschicken, der dann hinzukommen kann. Und wenn die Funktion zum Freischalten aktiviert worden ist, der dann erst freigeschaltet werden muss vom Admin. Finde ich gut. Kann man auf jeden Fall machen und bestimmt sinnvoll auch für die ein oder andere Gruppe. Und wir bleiben im Hause Facebook, Instagram. Die haben jetzt ein neues Feature in Anführungsstrichen. Und zwar könnt ihr in eurer Bio, in eurem Instagram-Profil, nun auch Hashtags und Accounts mit einem Ad-Zeichen benutzen. Das ist ein bisschen schräg, weil, dass man einen Account nutzen konnte mit einem Ad-Zeichen. Das ging bei Instagram auf der Web-Oberfläche schon. Also, da hat es funktioniert. Mobil ging es noch nicht. Das ist ein bisschen komisch, aber egal. Jetzt geht es halt überall. Also, auch mobil logischerweise, was Instagram ja auch naturgemäß ist. Und ihr könnt einfach mit einem Hashtag-Zeichen einen Hashtag verlinken oder einen Account mit einem Ad-Zeichen. Und in eurer Bio wird dieser dann automatisch anklickbar und man wechselt zu einem anderen Account oder bekommt ein Suchergebnis auf den Hashtag. Also, ihr könnt sicher sein, dass bei mir Hashtag machen stehen wird. So, genug mit Facebook und seinen Diensten. Gehen wir zur großen Konkurrenz oder zur kleinen Konkurrenz. Der Twitter-Chief-Information-Security-Officer Michael Coates, der wird Twitter verlassen und anscheinend schon relativ schnell und wird auf Interimsbasis von Joseph Camilleri ersetzt, der bisher Senior Manager for Information, Security and Risk war. Ja, mehr Details gibt es da nicht. Einfach mal so eine kurze News. Aber interessant, dass ein Chief-Information-Security-Officer jetzt gerade geht, wo wir gerade diesen großen Facebook-Skandal haben. Und, letztes Thema für heute. Ich kann es euch nicht ersparen. Pokémon Go. Am 22. März, also heute, startet um 21 Uhr das große Eispektakel auf Pokémon. Ich weiß, da können sich jetzt viele nicht halten. Für die, die aber Pokémon spielen, wird es ganz lustig, denn es gibt jetzt erstmal nur noch 2 Kilometer Eier. Und Pokémon, die sonst aus 5 Kilometer und 10 Kilometer Eiern schlüpfen, die werden jetzt in den 2 Kilometer Eiern auftauchen. Gleichzeitig gibt es noch mehr Bonbons, wenn so ein Pokémon schlüpft. Und es gibt auch die doppelte Menge Sternenstaub. Also ganz viel passiert da. Es gibt auch wieder super Brutmaschinen, wo sich jetzt auch wahrscheinlich wieder viele wundern, worüber ich rede. Damit kann man schnelle Eier ausbrüten in Pokémon Go. Und das Gesamte geht bis zum 2. April um 22 Uhr. Und damit ist auch genug zu Pokémon Go und den Eiern gesagt. Aber passt ja zu Ostern. Also, das war es auch für heute damit. Und ja, ich freue mich hier den Jan in Wien getroffen zu haben. Alle guten Dinge sind drei. Dritte Erwähnung. Und morgen gibt es den Geek Talk Daily schon wieder aus Dortmund. Ich hoffe, wir hören uns dann nochmal. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und bis nenne. Hört mehr Geek Talk.